Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 77 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Der zahn muss raus. Der zahn muss raus. Tanden måste ut. Deutschland plant den Bau weiterer vindkraftanlagen. Deutschland plant den Bau weiterer vindkraftanlagen. Tyskland planerar att bygga fler vindkraftverk. Das Papier für Bücher wird teurer. Das Papier für Bücher wird teurer. Papier für Bücher wird teurer. Ich warte am centralen Busbahnhof. Ich warte am centralen Busbahnhof. Ich warte am centralen Busbahnhof. Jag väntar på busstationen. Ich muss den Motor zerlegen. Ich muss den Motor zerlegen. Ja, muss der Blocker sein Mut tun. Vier Freunde teilen sich eine Pizza. Vier Freunde teilen sich eine Pizza. Füra Wände delen ein Pizza. In vielen europäischen Städten gibt es Mietfahrräder. In vielen europäischen Städten gibt es Mietfahrräder. In vielen europäischen Städten gibt es Mietfahrräder. Hüschückler finns in många europäiska Städer. Ich tanke immer abends. Das ist billiger. Ich tanke immer abends. Das ist billiger. Ich fülle alltid på på Quellen. Das ist billiger. Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Ich warte auf meinen Flug nach Mallorca. Ich warte auf meinen Flug nach Mallorca. Ich warte auf meinen Flug nach Mallorca. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Frau trinkt ihren Kaffee im Bett. Die Frau trinkt ihren Kaffee im Bett. Kvinnan trinken sitt Kaffee i Sängen. Ella schließt ihre Augen und ruht sich aus. Ella schließt ihre Augen und ruht sich aus. Ella slühter Ögonen und wieler. Das Paar sitzt mit den Kindern am Rand des Pools. Paaret sitte me Bahnen liet Poolkenten. Die Kirche befindet sich in Budapest in Ungarn. Die Kirche befindet sich in Budapest in Ungarn. Kyrkan ligger i Budapest i Ungern. Die Braut zieht ihr Hochzeitskleid an. Die Braut zieht ihr Hochzeitskleid an. Die Braut zieht ihr Hochzeitskleid an. Brüden topos ist im Bröllops klärning. Durch die neue Brücke kommen wir schneller auf die andere Seite. Durch die neue Brücke kommen wir schneller auf die andere Seite. Den nya Brun gör att vi kan ta oss snabbare till andra sidan. Lilly steht im Schwimmbad unter der Dusche. Lilly steht im Schwimmbad unter der Dusche. Lilly steht im Schwimmbad unter der Dusche. Lilly tar en Dusch i Polen. Wir haben eine alte Holzleiter von meinem Opa. 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 Isabella hält eine Ente in ihren Händen. Isabella hält eine Ente in ihren Händen. Isabella hält eine Ente in ihren Händen. Isabella holt einen Anker in seine Hände. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Und gib uns bitte ein Like. Och ge oss ett Like. Schöpfe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020